es tut mir leid dass ich weggegangen bin orion zuletzt war ich immer noch captain orion danke aber ich hätte mir wohl keine sorgen machen müssen stimmt keine dahergelaufen das sirene kann meine rache mit rosalina torpedieren leider nehme ich meine pflichten hier in beschlag vielleicht könntest du ja unseren neuen freunden auf ihre müsste ja unsere neuen freunde auf ihrer reise begleiten wo es ist ein witz ich habe keine zeit ich muss irgendwie zu rosalina kommen meine ok was soll's geht klar ich bin dabei und danke für alles ich werde die stolz machen versprochen was hast du schon mein kind passt nur gut auf dich auf das ist ein befehl wir haben jetzt genug gereinigte finsterzeit energie gesammelt um einen warptunnel nach prima paletti zu erzeugen künftig zu eurer rückkehr wird das schiff stark bereit sein so der winterpalast ist abgeschlossen ein neuer held wir sammeln jetzt die sternen teile ein wenn wir uns die karte mal zu gemüte führen also wir gucken auf der karte mal nach wo sind wir jetzt gerade wo stehen nach erinnerung brauchen wir gerade nicht gucken so die die voran der bücher wohnen die quest ist glaube ich hier oben noch immer erstmal hier hoch so ansonsten können wir da mit der röhre hoch und die quest da hinten verlösen so beleuchtet hier die beleuchtung hier ist mist wie wäre es wenn ich das regeln während ihr das während ihr das tut was man in einer bibliothek halt so macht diese bibliothek ist ein tor zu wissen und sollte jeden wenn sie für jeden ein sicherer ort sein außer für finsterzeit tentakel natürlich da muss ich wohl begleiten die zwei muppel ja ja so zerstöre die finsterzeit augen und das mit den beiden dann müssen wir erstmal die teamverwaltung schauen sie brauchen hier definitiv sparks die rapid peach und da geben ihr jetzt erstmal den toxi dazu da wir haben eine neue stufe erreicht wir können unsere sparks auch jetzt alle aufwerten das machen wir natürlich auch gleich mit denen die wichtig sind das sind eigentlich so ziemlich alle also ihr müsst euch keine gedanken machen ihr werdet genug stern teile finden bis damit ihr bis zum schluss auch wirklich alle 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 aufgewertet habt also da brauchte ich keine gedanken machen selbst wenn die tränke benutzt davon gibt es ja auch genug im spiel weil ihr könnt immer zwei tränke im laden kaufen und eins bei dem rätselkrieg macht pro welt dreimal 5 15 tränke mit könnte die hälfte der sparks am ende aufwerten und level 4 auf level 5 ja nehmen wir den reflex ist auch mit alles andere haben wir jetzt aufgewertet es ist hier herunter springen mit ihr genauso abrutschen können wir die nicht moment im sprung gerade so bis dahin kommen so da haben wir aber drei stück schon mal weg na bin ich jetzt nicht so mit zufrieden auch so noch nicht vielleicht so hier runter springen aber dann kann ich die zwei erwischen so dann haben wir nur noch den hier hinten mit china kommt auf jeden fall noch dann gehen wir zurück hier runter hier runter ne warte mal so da hoch und stellen uns dann hier hin weil die gegner sind hierbei ja relativ egal ob wir jetzt die mitnehmen oder lassen das jetzt und bleibt jetzt nur noch einer übrig da lassen wir jetzt auch einfach laufen also schlimm ist es jetzt nicht oh mach 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 ja wir machen den windschuss angriff dann ist er weg, dann ist er besiegt wir sind gleich auf dem weg ja jetzt ein schläft und schlacht gewonnen ja es reicht mir, wir müssen sich auf die gröbsten ziele konzentriert, das schickt vollkommen und schlacht gewonnen